Das Wetter in dieser Weltgegend ist schrecklich. Der Vorfrühling ist am schrecklichsten. Der Vorfrühling, der schon Ende Februar an sich ankündigt. Die Sommerhitze hat unstäblich alles versenkt, was nicht steinig ist. Der regnerische Herbst und die Winterfröste haben jetzt im Vorfrühling alles Schwarz verfärbt. Ein Schwarz mit viel trauriger Feuchtigkeit und einem harten Wind, vor dem es keine Rettung gibt. Und eine harte Sonne, aus der einem Kälte und Nässe entgegenschlagen. Jetzt im Vorfrühling, ähnelten diese Ligen, die zu anderen eigentlich wohlfühlen. Jetzt, Ende Februar, hätte ein moderner Kitschproduzent schon nach einer halben Stunde ausgerufen. So habe er sich die Wüste schon immer vorgestellt und wie versessend schon fotografiert begonnen. Als könnte man die Kälte, die Stille und die Feuchtigkeit und die Nässe fotografieren. Die Trauer des Versenkten verbrannt am steiggebliebenen Grases. Kein Zwar, was du grün bist. Ich bin nie leicht wie eine Vogel aufgestanden. Ich habe die vor Leidenschaften lebenslos gewidert, auch nicht, wenn du da bist. Die allerbescheidenste, kürzestmögliche Lebenserfahrung lehrt auch meinen Menschen von geringem Verstand. Das wesentliche Merkmal dessen, was man sucht, ist, dass es nicht existiert. So ist es auch mit dem Grund und dem Sinn. Wenn du einen Grund suchst, so kannst du sicher sein, dass es ihn nicht gibt, auch wenn es ihn einmal gegeben haben mag. Nur muss man das alles irgendwie ausführen. Es wäre so schön, vollständig und ganz zu bleiben. Die Form ist genau genommen das einzig Wesentliche, denn in dir treffen sich Seele und Materie, Charakter und Schicksal. Und etwas spektakulierst, wie er auch mit einem Donnerschlag ein Leben bedenkt, dem es alles gegeben hat, außer Leben und Tod. Die Form ist ein Leben bedenkt, das ist ein Leben bedenkt. Die Form ist ein Leben bedenkt, das ist ein Leben bedenkt, das ist ein Leben bedenkt. Allas, gestern wird es nicht aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020